Diese wunderschöne Ford Fiesta ST-Line könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stellen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der EcoBoost Benzinmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Hinten finden bequem drei Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Beheizte Vordersitze und beheiztes Lenkrad bieten viel Komfort. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiches Sicherheitspaket in diesem Fiesta schützt Sie rundum mit Airbags, LED-Licht, ESP und der Heißbahnfrontscheibe. Die automatische Klimaanlage sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch das Kommunikationssystem SYNC 3 Lite. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Fiesta ST-Line und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne Verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.